Dresst euch Gott, liebe Quattro-Poli-Fans! Wir dürfen euch recht herzlich von unserer Brotheit begrüssen. Und wir wollen noch ein wenig was verkünden. Und zwar haben wir nächsten Samstag zusammen mit dem Allgäubemischen, also wir Quattro-Poli und dem Allgäubemischen, zusammen ein Konzert. Christian, schreibst du mal noch? Der Allgäubemische, wir spielen nächsten Samstag am 22.10. dieses Jahres 2016. Christian, ist langsam. Um 20 Uhr haben wir uns los, und zwar in der Festhalle Zölfelschwender. Da werden wir aufspielen und dann tun wir rasend. Und jetzt geht's los! Juhu! 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 ARD Text im Auftrag von Funk